Schülerinnen und Schüler aus Burg Lengenfeld konnten sich im vergangenen Jahr über den Bürgerenergiepreis freuen. Mit ihrem Projekt Eco-Biking, einem selbst konstruierten Energiefahrrad, haben sie am Wettbewerb des Bayernwerks und der Regierung der Oberpfalz teilgenommen und wurden zu Energiehelden gekürt. Der Bürgerenergiepreis wird heuer zum dritten Mal an Menschen vergeben, die sich für die Energiezukunft stark machen. Uns ist es ganz wichtig, die Bürgerinnen und Bürger bei dem Thema Energiewende mitzunehmen, denn wir sind fest der Meinung, dass das Thema Energiewende, über die alle sprechen, das ist nicht nur ein Thema des Staates oder der Kommunen oder der öffentlichen Hand oder der Energiewirtschaft, sondern wir sehen da die Verpflichtung oder eine große Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger, dass die einen ganz wichtigen Beitrag auch leisten können und wir denken sogar auch leisten müssen, weil da sind sehr gute Ideen vorhanden und die müssen wir oder sollten wir dann auf jeden Fall mitnehmen auf dem Weg der Gestaltung der Energiezukunft. Gesucht werden also kluge Köpfe, die vorangehen, andere mitnehmen und letztendlich Akzeptanz schaffen für das Thema Energiewende. Bewerben kann sich für den Bürgerenergiepreis wirklich jeder. Wir suchen die Bürgerinnen und Bürger in der Oberpfalz, wir suchen die Schulklassen, die Kindergartengruppen, wir suchen Vereine, die mit ihren Ideen einfach was anpacken wollen, was verbessern wollen, das Thema Energieeffizienz vielleicht aufgreifen wollen. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel einen Preisträger gehabt, eine Schulklasse mit dem Thema Fahrrad, hier was zu gestalten. Also ich glaube, das ist sehr, sehr vielfältig, was man jetzt machen kann. Die tollen Ideen sind gesucht und wie gesagt, die kann jeder haben. Jede Bürgerinnen und Bürger in der Oberpfalz ist aufgerufen mitzumachen. Der effiziente Umgang mit Energie und Engagement für die Energiewende lohnen sich also nicht nur, sondern werden auch belohnt. Bewerbungen sind noch bis zum 27. Juli direkt beim Bayernwerk möglich. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury dann drei Preisträger aus.